Jesus, Motherfucking, du Arschgesicht, ehrlich! Ich mache mir gleich selber. Werd mich halt, warte, Dirk! Wärst du nicht schwanger, würde ich fragen, ob du zugucken, ob ich... Immer. Ne, das Schildchen, wie geht dich? Ja, gibts mir, richtig hart, danke! Richtig hart? Mann, ey! Ja, so Säcke, ne, hier so... Hilfe, Säcke... Nein, nein, will ich nicht! Reu dich, ey, ist das widerlich! Was für eine Sauerei hier! Wird der Heizung aufgemacht auf fünf... Ih, damit die noch schön schwitzig sind! Die klatschen da, du musst schämen... Iiiiih, das ist wie im Sommer dann auf deinem Lederstuhl wahrscheinlich! Oh, du bist abartig, Kakolo, ohne Scheiß, ey! Geh dich vergraben, ich geb dir Schippe dazu! Jetzt mal ohne Mist! Das widerlich! Nein, das ist ein bisschen... Hörst du jetzt auf! Ihr habt damit angefangen... Ich hab gar nichts gemacht! Voll unschuldig! Das ist... Das soll man! Ich doch mal! Brauchst du auch ein Taschen-Tür? Jaaa! Ja, das soll... In der Hand gehen! Und da so Unterwäsche, weißt du, wo ist drauf? Und ein Regenwurm! Und wenn wächst, dann ist eine Schlange! Packen Sie ein Tütchen, ich nehme mit nach Hause! Das packe ich ins Müsli rein! So wie bei Ihnen, Frau Olle, als Sie den letzten Tag gefragt haben, wie was schmeckt! So komisch! Oh Gott! Hör! 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 Wir fahren ja nicht anders! Im Süden war alles mir schlecht, ey! Hör! Olga hat Schuld! Immer an den Kopfschmerzen! Olga hat Schuld! Immer an den Kopfschmerzen! Olga hat Schuld! Immer an den Kopfschmerzen! Olga hat Schuld, immer an den Kopfschmerzen. Das ist ein Parasa-Fünfer. Das sind Fünfer, das sind Fünfzehner. Ich kann nicht. 65er Hund? Ja, bei mir, wo ich das Ding boh. Ich kann nicht mehr, Alter. Du kriegst Plage auf den Zähnen. Wo ist das? Wo ist der Hund? Ich kann nicht mehr. Ich krieg kaum noch Luft. Oh, du, du. Oh, du bist ja durchgeboten. Du bist ja eine richtige Wucht. Danke, mein Freund. Oh, du scheiße. Oh, du gehst dir jetzt etwas besser. Ja, ich hab deine Mandeln gespürt. Oh, du scheiße. Du Fickschnitzel. Nochmal rein. Oh. 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 Oh, du, du, alter Drecksack. Was du für ein Arsch bist, ne? Im Horrorspiel musst du da reingehen, wo es gruselig ist. Also lass mich durch, du Lampe. Das ist der dicke Nachbar. Oh. 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 Was denn? Oh, ich nehm alles zurück. Ich bin selber dick. Das hat man nicht so gemeint. Oh, du Spaß. Mama, Mama. Äh. Was kommt denn? Was ist das? Oh. Fuck, Scheiße. Leck mich fett, ey. Füße im linken Schrank, Toro. Ja, ich brauche ihn zu. Oh. Ich brauche ihn. Das ist lustig über mich jetzt, über meinen Namen, Namis. Nein, nein, die Animation hier gerade. Achso. Alter, Namis, du hast so einen schlauten Kopf, ey. Ich steh nicht so auf Katzenklöten. Die kommen hier jetzt eine Woche von mir zum Tierarzt, du alte Speckbacke. Und dann geht's schnipp. Ab, ab sind sie. Weißt du, was dann passiert? Die schneiden diese kleinen Plötis auf und dann holen sie die da raus. Dann nehmen die dann wieder zu und dann schrumpft das alles ein. Wie als wäre nie was gewesen. Dann bist du ein halbes Mädchen. Der Blick. Das hat voll in mein Gesicht gespritzt. Und aber so bis jetzt... Haben sie den Husten-Test gemacht? Dass ihr Husten-Test dabei? Nein, das ist nicht mein Repertoire. Das macht dann glücklicherweise jemand anders. Mit dem Husten. Er sagt eigentlich, wenn man das total entspannend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gebratzt! Dafür, ich weiß nicht. Ich mein... Nein, das will ich mir nicht vorstellen. Entschuldigung. Oh, nein, doch. Oh, nein, doch. Oh, das sch*** tut mir. Ich bin gekommen. Oh, nein. Okay. Wow. Nein. Okay. Oh, nein. Das war's für heute. Jetzt hab ich hier Salz überall, aber was ist das nicht schlimm? Fliegt hier sowieso rum. So weit ist es schon, dass ich hier wirklich mit Salz rumstreue. Mädels, könnt ihr mal alle zu uns kommen? Ja, wir kommen hier nicht weg. Hör mal gut. Wann kommen die denn mal rüber endlich? Oh, Gerrit? Ahaha! Kakule, ich hab die anderen hier am Arsch! Nein! Die kannst du gleich aus! Ich will nicht mehr! Oh Mann! Das ist bei euch da drüben. Ich will aufm Arm, echt, ohne Scheiß, echt. Ich räum dich gleich zusammen wie so ein Embryo, ey. Das ist dunkel oder was wie sich. Ihr Kakule, du musst dich als Frau auch mal ein bisschen durchsetzen. Ja, okay. Roto, jetzt komm! Schnell! Roto! Ey, du kannst gleich als Frau durchgehen, weißt du das? Alter, jetzt komm drunter! Ich weine das jetzt, ihr Ernst! Ach bitte jetzt, ich soll zu faxen mit deinem Kletterheiß, nicht dass du stürzt! Ich brauch dich noch an meiner Seite! Ja, das hab ich auch gerade gesagt, wir müssen den Hund holen und rücken. Vielleicht Kälte? Scheiße! Ne, ne, nicht kälte! Oh, es liegt an der Tasche oben. Ge-Kul, er hat zu viel am Mist gerochen. Ich bin ein Angler. Was angelst du denn? Mit welcher Route angelst du? Mit dem Flips. Da weist doch niemand jemand an.